Arnold Schwarzenegger. Danke. Herzlich willkommen. Danke. Es ist wirklich fantastisch, selbst hier zu sein. Heute kommen Sie zu uns als der Hauptdarsteller eines Films, der alle Kassenrekorde sprengt. Was ist das für ein Gefühl und wie sind Sie dazu gekommen? Es ist ein fantastisches Gefühl, wenn man einen Kassenschlager hat. Nicht ein Kassenschlager in Amerika, aber ein Kassenschlager international. Der Film ist wirklich sehr gut angekommen. Nicht nur finanziell, also bei der Kasse, sondern auch bei den Kritiken. Wir haben wirklich sehr gute Kritiken bekommen. Und das für mich als Schauspieler zurzeit sehr wichtig ist. Ich glaube, eines der größten Komplimente, die man Ihnen gemacht hat, war die Tatsache, dass man gesagt hat, nicht eine einzige Szene in diesem Film ist gedubelt. Alles selber gemacht. Das stimmt und es ist deswegen, weil die haben nämlich keinen Stuntman oder Double für mich gefunden, weil es eben keinen Zweiten gibt, der solche Muskeln hat wie ich. Leider. Das ist glaube ich. Ein einmaliges Exemplar.